und herzlich willkommen zu einer runde world of warcraft ich bin hier gerade in sägeform des kriegs im schluchts kriegs im clans ich mache mal wieder pvp was du noch sonst bei dieser runde zählt es als erstes wer vom gegnerischen thema als erstes dreimal die flagge abholen sprich wir müssen rüber rennen zur alibasis da drüben schnappen uns die flagge und wir müssen die ganz schnell wieder zurückbringen und weil jetzt erstens das dreimal geschafft hat kaputt oder nach einer bestimmten zeit der der meisten die flagge oder ich glaube die meisten kills hat einfach kurz buffen scheinlich nicht so naja egal so 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 jetzt erstmal raus rennen aufsatteln und rüber flitzen st nur 15 Minuten geht eine Runde höchstens die werden alle da lang die werden alle da lang leise vorgegang mit den schurken mit den schurken So, das war jetzt, äh, Was hängen gerade mit der Flagge? Unten lang? Ich glaub, der ist unten lang. Hei, ich bin gestorben. Ja, der ist durch. Ähm, Flagge kann er nur abgeben, wenn unsere Flagge auch in der Basis ist. Also sozusagen brauchen wir beide Flaggen. Außer wenn ich das kennert hab, aber ich denke er nicht. Wollen wir, dass da auch keiner eine Basis nach Hummelung hat? Ah, der renkt nach oben, auf die Balkon. Ja, der renkt nach oben, auf die Balkon, auf die Balkon, auf die Balkon. Ach, komm nur mal, ich rufe immer über Schmieleleiten. Okay, das war schneller tot. Ach, komm nur mal. Das war's für heute. nicht mit ihrem Freund nicht mit mir die Allianz mit 1 und die Allianz die Führer 1 0 3 6 2 3 3 4 4 5 6 sie so als geistrums laufen ist auch schon so so Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ach, immer dieser Eisfall von mir, äh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh, oh. Und 2-0 für die Ali. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ich lege mal die Runde, wenn wir so oder so verlieren. Oh, komm doch. Oh, komm doch. Ein Puncto-Fan muss ich aber killen. Nicht gekillt werden. Oh. Oh. Oh, wieder da! Wieder da! Das hat mir meine schlechteste Tore überhaupt. Ever. Ich dachte schon ich wäre der schlechteste, da gibt es noch schlechteren wie mich. Ah, ich habe sogar noch einen Platz aufgeholt. Ja gut, da ihr zugeschaut habt, dass ihr Geduld mit mir hattet, wie scheiße ich gespielt habe. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei, wenn ich genauso scheiße spiele. Bis dahin, auf Wiedersehen.